Was ist das? Ein Pferd, das ich ins Niemandsland verlaufen hatte. Was für ein Pferd? Ein wunderbares Pferd, wenn Sie mich fragen. England steht im Krieg! Wir sind im Krieg! Ich verspreche, auf ihn aufzupassen. Und wenn ich es schaffe, werde ich ihn zurückbringen. Er ist mein Pferd, Sir. Kannst du dir vorstellen, über einen Krieg zu fliegen? In dem Wissen, das du niemals hinabsehen darfst? Du musst immer nach vorn sehen, sonst kehrst du nie heim. Es ist eine Ehre, an Ihrer Seite zu reiten. Das würde jeden Mann und sein Land stolz machen. Seid mutig! Seid mutig! Seid mutig! Wie? Untertitelung des ZDF, 2020